Nachdenkseiten Die kritische Website Wie konnte es soweit kommen? Fragen in russischen Talkshows zu dem gescheiterten Putschversuch. Aus Moskau berichtet unser Korrespondent Ulrich Heiden. In einigen Sendungen der großen russischen Fernsehanstalten wird durchaus kritisch über den Putschversuch am Samstag diskutiert. Die Position von Präsident Wladimir Putin wird nicht infrage gestellt. Aber in einigen Sendungen stellt man sich Fragen, die in der Bevölkerung diskutiert werden. Zum Beispiel, wie konnte es soweit kommen? Am Sonnabend und am Dienstag befragte der bekannteste russische Talkmaster Wladimir Soloyev in seiner Sendung Personen, die in den russischen Talkshows einen festen Platz haben und einem Millionenpublikum bekannt sind, zu ihrer Einschätzung über den Putschversuch. Die Antworten der Befragten habe ich hier stichwortartig wiedergegeben. Sie können das Bild über den Putschversuch, über den in Deutschland oberflächlich und falsch, unter dem Stichwort Putins Macht bröckelt berichtet wird, ergänzen. Der Filmregisseur Der Filmregisseur Karin Shachnasarov, Jahrgang 52, fragte, wie es sein könne, dass sich der Konflikt zwischen dem Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin und dem russischen Verteidigungsminister Sergej Shoigu über mehrere Monate hinzog. Wenn der Präsident davon gewusst hätte, dann hätte er wohl jemanden entlassen oder die Streitenden versöhnt, so der Regisseur. Shachnasarov mahnte an, dass der Oberkommandierende, also Wladimir Putin, alle Informationen bekommt. Der Filmregisseur forderte, dass Russland seine Zwiespältigkeit überwinden müsse. Shachnasarov spielte offenbar auf die Tatsache an, dass der russischen Bevölkerung bis heute nicht überzeugend vermittelt werden konnte, warum sich die russische Armee aus den Gebieten Kiew, Tcharkov und Kherson zurückgezogen hat. Der Regisseur sagte, es müsse die Frage geklärt werden, kämpfen wir oder kämpfen wir nicht. Er erklärte, das System mit den privaten Sicherheitsfirmen sei bisher gut gelaufen. Jetzt müsse man es aber ändern. Man müsse in Anführungszeichen die Rote Armee schaffen, was wohl bedeuten sollte, dass man sich von autonom agierenden privaten Sicherheitsfirmen verabschieden muss. Außerdem meinte er, es sei merkwürdig, dass in einer Zeit, in der die russischen Soldaten in der Ukraine gegen eine von den USA aufgerüsteten ukrainischen Armee kämpfen, das russische Kultusministerium einen amerikanischen Kriegsfilm zur Aufführung genehmigt. Man könne, so der Regisseur hoffen, dass der Westen nach dem Putschversuch verstanden habe, dass es nicht gut ist, wenn in Russland einem Land mit Atomwaffen, Bürgerkrieg und Chaos herrschen. Der in Moskau geborene Israeli In der Soyolov-Sendung trat auch Tchakov Ketmin auf. Der israelische Staatsbürger kommentiert häufig in russischen Politsendungen. Er vertritt patriotisch-russische Positionen. Ketmin wurde 1947 in Moskau geboren und wanderte 1969 nach Israel aus. Als israelischer Staatsbürger arbeitete er von 1977 bis 1999 in der staatlichen israelischen Organisation Nativ, die für die Übersiedlung von ehemaligen Sowjetbürgern nach Israel zuständig war. In der Talkshow bei Soyolov erklärte Ketmin, Grund für den Konflikt mit den Wagner-Leuten sei zu viel Nachsicht. Er fragte, warum man den Abenteurer Prigorsin nicht eher gestoppt habe. Es habe schon ähnliche Fälle gegeben, wo für den russischen Staat großer Schaden entstanden sei und die Macht zu nachsichtig war. Als Beispiel nannte Ketmin Anatoly Tchubais, der Anfang der 1990er Jahre für die Privatisierung der russischen Staatsbetriebe zuständig war. Zu viel Nachsicht habe es auch gegenüber Anatoly Tchubais gegeben, der von 2007 bis 2012 russischer Verteidigungsminister war und einen großen Teil der russischen Armee-Immobilien verkauft hatte, was in Teilen des russischen Militärs auf heftige Kritik stieß. Prigorsin meinte, ihm sei alles erlaubt, sagte Ketmin. Er habe sich als kleiner Zar aufgeführt. Der Chef der privaten Sicherheitsfirma Wagner versuchte, seine persönlichen Probleme mit dem russischen Verteidigungsministerium über Erpressung zu lösen. Das sei unzulässig für einen Rechtsstaat. Man habe Prigorsin zu spät gezwungen, mit dem russischen Verteidigungsministerium einen Vertrag zu unterschreiben. Die Berater von Prigorsin, so Ketmin, seien Banditen. Prigorsin selbst sei ein Demagoge und Bandit. Man hätte das eher erkennen müssen. Die Wagner-Soldaten hätten Russland gegen die Streitkräfte in der Ukraine verteidigt. Aber man habe sich in den Wagner-Leuten getäuscht. Die Strafverfahren gegen die Wagner-Leute werden nicht fallen gelassen, sondern nur ausgesetzt. Es sei zunächst vor allem darum gegangen, diese Leute aus Russland zu werfen. In Weißrussland werden sie ihre Taten nicht wiederholen können. Wagner sei ein gemeinsames russisch-weißrussisches Problem. Ketmin lobte Putin, der nicht so reagiert habe, wie erwartet und einen Ausweg ohne Blutvergießen gefunden habe. Der tschetschenische General Ein weiterer Teilnehmer der Talkshow war der tschetschenische General Abdi Alaudinov, Jahrgang 1973, Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheit Ahmad und stellvertretender Leiter des 2. Armeekorps im Donbass. Alaudinov erklärte, er habe am Wochenende den Befehl bekommen, Kräfte von den Stellungen im Donbass abzuziehen und nach Rostow am Don zu überführen, wo die Wageneinheiten mit Panzern die Innenstadt besetzt und verschiedene strategisch wichtige Gebäude unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Alaudinov erklärte, unter seinem Kommando sei eine Kolonne von 300 Militärfahrzeugen gebildet worden. Am Sonnabend um die Mittagszeit habe man nicht weit von der Stadt Rostow Stellung bezogen. Ich bekam den Befehl, die Wagner-Leute zu umgehen und nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Wir sollten auf keinen Fall schießen. Die Situation sei sehr schwierig gewesen, weil in den Straßen von Rostow am Donn sehr viele Zivilisten und auch Polizei unterwegs waren. Auch für ihn persönlich sei die Situation sehr schwer gewesen. Mit den Wagner-Soldaten habe er in der Ukraine sieben Monate lang Schulter an Schulter gekämpft. Aber man habe ihn als General gelehrt, ein Feind kann jeder werden. Der Oberkommandierende Wladimir Putin treffe die Entscheidung. Wenn wir den Befehl bekommen hätten, dann hätten wir sie, also die Wagner-Leute, angegriffen. Doch man sagte uns, dass die Möglichkeit bestehe, dass es zu einer Einigung kommt. Auch Soldaten der Wagner-Einheiten hätten mit ihm Kontakt aufgenommen und erklärt, dass eine Einigung möglich sei. Dass im russischen Fernsehen zum Teil sehr offen über den Putschversuch debattiert wird, ist wohl unausweichlich. Denn in der russischen Bevölkerung kommen natürlich Fragen auf, wie es soweit kommen konnte. Zudem verfolgen die Russen die Berichte von Militärkorrespondenten und anderen politisch aktiven Zeitgenossen über diverse Telegram-Kanäle. Wo eine offene Diskussion geführt wird und die Wagner-Einheiten im Minutentakt mit Videos über den Putschversuch berichteten. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.